Willst du hin? Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Biomutant. Jetzt fragen wir immer. Klagt über den Verlust des eigenen... Oh ja, kennen wir ja, kennen wir ja. Ja, da hab ich schon 50.000 Stück von. Ja, 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 ja. Wir haben eine Aufgabe. So. Oh, was bist du? Warte, warte! Warte, warte, geh weg! Geh weg! Ich hab dich. Irgendwann, ne? Ich bin der Meinung, ich hab den. Ich kann den bloß nicht streicheln. Kann das sein? Kann mir das mal jemand sagen? Oh! Was machst du denn da drin? Oh! Er will raus! Kann man so ein zartes Wesen einsperren? So. Bert! Oh! Der hört aufs Wort, der Junge. Wir ruckeln uns jetzt mal da hinten hin. Wir müssen über die Brücke, aber ich seh da was. Und da kann ich nicht widerstehen. Oh, so. Ich müsste natürlich auf... Hä? Hä? Was ist denn das jetzt wieder? Achso, ich drücke... Ah, ich bin so... Ich hab doch darauf gedrückt! Ich war verwirrt. Ich hab die A-Taste genommen zum Springen. Und was macht er? Da waren noch... So, jetzt brauchen wir hier erstmal Versur und Ordnung. Es gibt Leute, die haben den ganzen Tag gearbeitet. Oh! Und die wollen... Oh, 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 oh! Klar. Und dann können wir sowas nicht dulden. Was haben wir hier? Da brauchen wir die Kack-Karte. Da müssen wir die Kack-Pratze finden. Oh, m... Warum? So ein kleiner, unschuldiger Kristall. Da kann man doch dran vorbeigehen. Ich zeig's dir. Achso. Warum schon wieder verstellt? Ich hab sie geskillt. Ja, denn... Also das Material, ne? Das geht ja. Wenn man welches hat. Ich hatte noch welches. Ich betone noch. Du hast ein... Ein... Ein Attribut. Ah! Wo ist denn... Schnuffel! Da ist Schnuffel aber auch nicht, ne? Der läuft schon wieder so langsam. Das heißt, hier schnuffelt irgendwas. Der ist ja. Da ist mir. Oh! Hier ist es... Ich mache... Ich mache... Ich mache ihn mit! Wir... Furzi. Furzi? Kacka. Ah, das ist doch was. Ein schöner Kackhaufen. Sehr selten. Und ein Tresorschlüssel. Und den Tresor... Den haben wir ja schon gesehen. Und dann finde ich das natürlich gut, wenn das alles hier der Nähe ist. Ob er eine Chance hat, die Dinge zu finden. Oh, ich habe nicht nachgeladen. Wir brauchen freies Schussfeld. Es kann sein, dass die leer geschossen war. Dann geht er ja automatisch nach. Da ist noch ein Bruder. Oder einer deiner vielen Brüder. Kann man hier irgendwie rein? Ich will nur gucken. Da will ich rein. Da ist bestimmt tolles Zeug, weil da nie einer reinkam. So. So. Hier ist eine Tafel. Vermutlich war sie einst voll mit Bitten nach Nasenstöpseln. Hier in der Nähe gibt es eine Gasfangbrick. Gehe immer der Nase nach. Hier hat die Toxanol Corporation Gas in Brennstoff verwandelt. Nach einiger Zeit sind davon alle krank geworden. Die Verseuchung war ein schleichender Prozess. Bis sie gemerkt hatten, was geschieht, war es schon zu spät. Vor allem für sie selbst. Ein widerlicher Ort. Aber du könntest hier dennoch Spuren finden. Gut. Gut. Ah, da ist das alte Weltgerät. So, äh, da ist ja mal noch mal gucken. Ja, da ist, und so, und da ist auch nichts. Und dann, ah, ha, 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 ich hab dich gesehen. Ultimative Fernkampfwaffe. Oh, bin ja nur gespart. Die Eingeber müssen verbunden sein, damit der Kopfkasten startet. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Das ist eine Kopfsache. Es geht um Software, nicht Hardware. Erfolg ist innerer Frieden. Es hört sich ein bisschen nach Gipta an. Hier im Spiel natürlich. Natürlich. Oh, hier gibt's noch so viele Dinge. Ah, wer ist denn da? Ich hab dich schleichen sehen. Ja, die treten immer paarweise auf. Na, komm. Ja, ich geh gleich zu der Halle. Ich will bloß hier nochmal schnell reinschauen. Also, wenn's geht, doch nicht so lange warten. Mit dem Verbessern der Kralle. Nicht so wie ich. Ist nicht so der... günstige... Oder die günstige Sache. Weil man hat denn da schon... Ich hab jetzt schon ein paar verpasst, wo man... Oh. Bioblock-Behälter hab ich noch gar keinen gefunden. Hier geht's erst mal rein. Das scheint der richtige Weg zu sein. Es ist hoffentlich beruhigend, einem alten Weg wie diesem zu folgen. Beruhigend für dich, meine ich. Toxanol verschabelte alles, so schnell sie konnten. Vielleicht liegt hier noch etwas verborgen, aber wahrscheinlich nicht viel. Diese Spuren nehmen scheinbar nie ein Ende. Eine Roboter-Kiste. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ah, da ist der Roboter. Au. So, unser erster Bioblock hier. Da oben war... Da war wohl nichts weiter. Ah! Ohohohoho. Ich find das schön. Der wird nachher gleich ausgerüstet. Da ist eine Wand zum Zerkloppen. Aber erst mal gucken, ob hier noch was anderes ist. Ne, augenscheinlich nicht. Nein! Ja. So. Haben wir das auch erledigt? Ja, ich war ja noch nicht in der Bank. Also ich denke mal, da ist dann der Rest. Hier war es das jetzt, ne? Immer alles? Ja. Komm ich jetzt hier wieder raus? Hier war eine Leiter, ne? Ich hab eine Leiter gesehen. Ach, hier. Da brauchst du einen Schlüssel. Sag, du musst die Schalter aufeinander abstimmen. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Ja, genau, der reicht. Kann man ihn hauen irgendwie mal? Hier sind wir. Aha, aha, aha. Ich muss jetzt noch zur Weltzentralbank. Ah. Da wären wir jetzt hin. Hier. Hopps. Hopps. Hopps, hopps. Hier waren wir schon. Uah. Steck einen Schlüssel rein. Ich steck den Schlüssel rein. Du altes Rübenschwein. Komm gleich zu dir. Ja, da fehlen ja noch zwei Dinge, ne? Überragende Beute. Was ist das, eine Pistole? Haben wir ja noch gar nicht im Einsatz, ne? Vergiftend. Raketenwolke. Warte mal, die gucken wir uns gleich mal an. Ist sie das? Radioaktivität. Ich bin doof. Ich bin hier. Raketenwolke hieß das Ding doch. Raketenwolke. Untersuchen. Können wir Raketenwolke verbessern? Singularität ansteckend. Die sieht ja schön aus, so. Aufsatz. Guck, guck. Oh, der passt eigentlich von der Optik her am besten. Der hat bis jetzt die besten Attribute, ne? Denn, nein. Der passt vom Design, ne? Wir vergleichen nochmal mit dem. Ah, der bringt aber mehr. Die Mündung lassen wir so. Denn Magazin. Ja, das passt von der Optik nicht, aber ist nun mal nicht zu ändern. Griff. Den lasse ich. Einen Schaft gibt's nicht. Gut. 548. 548. Als, als Favorit? Ich drücke doch. Jetzt geht's. Ähm, den Bumerang. So. Und mir fehlt... Nein. Äh, wo ist er denn? Der hier. Nee, das war er nicht. Hier. Hm. Hab ich die noch? Äh. Ja. Jetzt fehlt da unten einer. Dann nehmen wir ihn hier, ne? Wir brauchen noch ein bisschen Beute. Beute. Hier gibt's noch zwei Beute. Und die habt ihr mir... ...vorenthalten. Und das geht ja mal gar nicht. Da vielleicht noch mal gucken. Da, wenn ich da hinkomme. Vielleicht. Hier waren wir aber schon. Und ich glaube, hier drin waren wir auch schon. Glaub ich. Ja, hier haben wir die Dings gefunden. Gehört das auch noch dazu? Nee, das ist was anderes. Das ist immer so eine Sache mit den Truhen. Diese zu finden. Unten kann eigentlich nichts sein, wo ich da unten rumgekrochen bin. In der Bank war ja... ...war ja nicht mehr. Das wird hier draußen irgendwo versteckt... ...sein. Die gehen hier nicht auf. Ich guck nochmal auf der anderen Seite. Hm. Wieder hängen geblieben. Ja, schade. Hier bei den Bahngleisen... ...hier habe ich geschaut. Da sehr oben sind wir rausgekommen. Hier oben drauf. Beim Auto. Das ist auch nichts. Ja, ich gebe es auf. Das macht dann auch nicht wirklich Laune, ne? Denn das Geruckel dazu... ...ist jetzt auch nicht so tragisch. Was haben wir hier? Ein Plinkplong. Und was haben wir da? Das Rennband. Okay. So, dann machen wir das Rennband hier. Und hier mache ich eine Schnellreise hin. So. Und nächste Folge geht es weiter. So. So. So.